Hallo, ich bin's Gerd, der Schrahels von der Alm oder von der Schilko Arena. Ich gehe seit 55 Jahren auf der Alm und bin seit anderthalb Jahren Mitglied und darf euch heute verkünden, dass Marius Wörl für ein weiteres Jahr ausgeliehen wird. Hallo liebe Arminia Fans, hier ist euer Marius. Ich freue mich euch mitteilen zu dürfen, dass ich noch ein weiteres Jahr für Arminia spielen werde. Ich habe mega Bock auf die neue Saison und ich freue mich euch alle im Stadion zu sehen. Bis bald!